Hallo liebe Sean-David-TV-Fans, es ist offiziell, wir gehen auf kleine Mini-Live-Tour. Und zwar im November diesen Jahres 2024 könnt ihr uns sehen und zwar in Hamburg und in Düsseldorf. Mit dabei sind natürlich Nizar, Daniel Schröckert, meine Wenigkeit und vielleicht die einen oder anderen aus unserem Team. Wer weiß, wer weiß. Tickets könnt ihr euch sichern unter legendsofcinema.com. Seid dabei, wenn wir live rumnerden für fast zwei Stunden. Also nicht verpassen, Tickets sichern auf legendsofcinema.com. Genauso war das. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sean-David-TV mit dem und dem. Hallo. Hallo dem, aka Thilo Goseohan. Ich liebe, ich wollte gerade sagen, ich liebe dich. Ich wollte eigentlich sagen, schön, dass du hier bist und das in deinem Grund habe ich gesagt, ich liebe dich. Jetzt ist es raus. Das erinnert mich an einen Film. Ich hätte jetzt sagen müssen, ich weiß. Aber das ist was anderes. Aber es war auch damals in England. Ja, I remember, I remember, I remember. Lieber Thilo, du bist ja deines Zeichens oder seines Zeichens Superhelden-Filme-Experte. Weswegen du auch bei uns in der Gruppe so derjenige bist, der, wenn es um Superhelden, gerade um die älteren Filme geht, der immer sagt, ja, hier, ich, 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 ich. Heute sprechen wir über einen absoluten Klassiker des Superhelden-Genres, einer der wichtigsten Filme des Genres, den wir beide jetzt gestern, vorgestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten gesehen haben. Ja, lange nicht gesehen. Bei mir zuletzt drei Tage her. Ja, bei mir drei Stunden, fünf Stunden her, heute Morgen um fünf Uhr. Ja, wir reden heute über Superman aus dem Jahre 1978. Lieber Thilo, du bist ja ein bisschen älter als ich, ja, wann waren so deine ersten Berührungspunkte mit diesem Film und wie war das zu der Zeit, als das Genre noch nicht so etabliert war, wie es heute war, wie hast du das wahrgenommen damals? Ich habe ziemlich zeitgleich zum Filmstart mein erstes Superman-Heft bekommen. Ich war bei meiner Tante und mein Cousin rannte da, der war gerade Teenager geworden und hatte da all seinen Kram rumliegen, den er nicht mehr benötigte, weil der draußen war auf Partys, der Ralf. Und deswegen war auch Superman-Taschenbuch Nummer 8, 9 gegen Namek hieß das. Das wurde im Fernsehen beworben, da gab es so ganz kurze Zeichentricksequenzen. Das neue Taschenbuch Superman. Und ich wusste sofort, oh Gott, was ist Superman? Ich muss es haben, es ist toll, wie sieht der aus, diese Muskeln? Ich war total geflasht. Und parallel dazu kam dann auch schon ganz schnell der Film. Ich war ja wahnsinnig klein, sieben Jahre und das kam sozusagen wie zeitgleich. Ich war auch noch ein bisschen zu klein für den Film. Damals, meine Mutter achtete darauf, der Film war ab zwölf. Das war also illusorisch. Und Superman 2 kam ja relativ schnell hinterher. Wir werden ja gleich auch erläutern, warum. Und deswegen ist der Film praktisch gleichzeitig gekommen mit meiner totalen Begeisterung für Superhelden-Comics. Ich bin danach wirklich sehr, sagen wir mal, archäologisch vorgegangen und habe auf den Flohmärkten versucht, jeden Stand abzugrasen nach den Superman-Comics. Das war damals EHPA DC, EHPA Verlag Stuttgart. Und ich habe alles versucht, mir unter den Nagel zu reißen, was es da so gab. Ja, man muss ja dazu sagen, dass ja für heute, gerade für jüngere Leute, halt einfach unvorstellbar. Jetzt wo, okay, wir wissen, die Superhelden-Filme sind jetzt gerade wieder, Gott sei Dank, auch wieder ein bisschen so am Ausfaden. Auch so, was die Kinokasseneinspielergebnisse angeht. Aber für viele, viele Jahre jetzt war das ja das Hauptgenre, was im Kino lief. So, spulen wir aber mal zurück so in die 90er Jahre. Da gab es so die ersten erfolgreichen, aber auch, da war die Quote auch eher fünf Flops. Einer, der es geschafft hat. Spulen wir noch weiter zurück in die 80er und 70er und es war ein riesiges Risiko, einen Superhelden-Film zu machen. Aber Superman war ja der, die unangefochtene Nummer eins im Superhelden-Genre, muss man ja dazu sagen. Das heißt also, er war, wenn einer es schaffen konnte, dann war Superman schon die richtige Wahl. Superman war die erste richtige Wahl, war der erste richtige große Superhelden-Film. Und davor, muss man sagen, gab es Jahrzehnte, wo es Versuche gab. Ich meine, Christopher Reeve ist zumindest der erste, der dritte ernstzunehmende, der erste ernstzunehmende, aber eigentlich der dritte vor der Kamera. Es gab Kirk Erlin, der hatte ein Serial 1978, 48, also 30 Jahre davor. War das noch die Schwarz-Weiß-Dinger? Das waren die Schwarz-Weiß-Dinger und es gab dann Serials mit Joe Stevens, der ja, wie wir wissen, erschossen wurde und erst hieß es Selbstmord, Depression. Es gibt einen geilen Film über den zweiten Superman, die Hollywood-Verschwörung. Der heißt im Original Hollywoodland, könnt ihr euch mal angucken. Es ist bis heute nicht geklärt, warum der zweite Superman, George Stevens, aus dem Leben geschieden ist. Der erste, Kirk Erlin, hatte ein Serial, das bei uns tatsächlich 53 als zweiteiliger Film im Kino lief. Das Netz der schwarzen Stimme. Auf dem Poster, komischerweise, hat er ein rotes Kostüm. Egal, es gibt so alte deutsche Poster. Das Geile allerdings, muss ich sagen, an diesem Serial ist, dass immer wenn er fliegt, das überwechselt in Zeichentrick. Also wie bei Roger Rabbit. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und das sieht total geil aus. Ich wollte dir gerade sagen, es hat aber was. Ich finde, es ist richtig cool. Ja, ja, mir hat es auch gefallen. Weil das ist richtig schön, wie bei diesen Fleischer-Kartoons, die ja noch am Anfang der 40er waren. Und also das fand ich ganz toll. Und Kirk Erlin spielt auch eine Gastrolle in dem Superman, da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls, er war der dritte Richtige. Und es war eigentlich das erste Mal, klar, es gab auch Batman, Hält die Welt in Atem. Das war auch ein Kielfilm. Das lief alles auf einer ironischeren Ebene ab. Und es ist ja auch nicht ein lustiger Film. Und Superman nimmt zum ersten Mal das Genre wirklich ernst. Und Richard Donner versucht ein großes Epos daraus zu machen. Genau. Bevor wir jetzt gleich kurz in die Inhaltsangabe des Filmes gehen, würde ich ganz kurz nur noch über Richard Donner, weil du ihn auch gerade angehauen hast, ganz kurz über ihn sprechen, der Regisseur. Viele von euch werden einige Filme von ihnen kennen. Warum? Weil der gute Mann echte absolute Bretter geliefert hat. Also die Lethal Weapon-Reihe zum Beispiel. Ja, wo er eh schon... Kennt man. Dann hat er die Goonies, hat er gemacht. Auch ein Kinderklassiker, der sehr, sehr beliebt ist. Also der... Und einige mehr. So, und jetzt, was du gerade schon angesprochen hast, von wegen, dass er versucht hat, da ein Epos draus zu machen, wo wir auch gleich drüber reden, warum er es geschafft hat. Er war für mich jetzt im Nachhinein, nach dem Rewatch, die perfekte... Also der perfekte Regisseur für den Film. Und der größte Verlust bei Teil 2 und der größte Fehler bei Teil 2, ihn nicht das Ding machen zu lassen. Gehen wir aber nachher nochmal im Detail durch. Sag uns doch mal für diejenigen, die Superman 1 nicht gesehen haben, worüber handelt der Film? Das ist sozusagen, würde man heute sagen, die Origin-Story. Sehr ausführlich sehen wir, welche Probleme es auf dem Planeten Krypton gibt. Wir sehen Maria Schell, Marlon Brando, der damals die Rekordgage von 3,7 Millionen, plus Gewinnbeteiligung. Als Nebenrolle. Als Nebenrolle. Er hatte zwei Wochen Arbeit. Unter 3,7 Millionen, was 1977, wo der Film gedreht wurde, wirklich eine Hausnummer war. Aber er war auch der größte, legendärste Star der Welt damals. Das muss man einfach sagen. Er kam von Pate, letzter Tank aus Paris. Und ja, wir sehen, wie Superman zur Erde kommt. Wir sehen, warum und wieso, weshalb er zu Clark Kent wird. Eine Liebesgeschichte entwickelt sich mit Louis Lane, Margot Kidder und sein Erstrivale Lex Luthor, gespielt von Gene Hackman. Möchte natürlich die Weltherrschaft. Hier haben wir den Gegenpol. Superman ist jemand, der die Weltherrschaft, sagen wir mal so, in zwei Sekunden sicher wirtschaften könnte, aber ein guter Mensch ist. Und Lex Luthor ist einfach ein... Lex Luthor. Lex Luthor. Lex Luthor möchte gerne eigentlich ein Gott sein und ist aber ein normaler Mensch. Schöne Gegensätzlichkeit, auch charakterlich normalerweise in den Comics hat Lex Luthor eine Glatze. Da hatte allerdings Gene Hackman keinen Bock drauf. Ja, bis zum Ende. Da hat er sich eine schminken lassen. Finde ich auch okay, muss ich sagen. Ja, fand ich auch gut gelöst. Das macht ihn auch so ein bisschen, also das fällt einem erst am Ende des Films auf. Das macht ihn auch ein bisschen eitler und lächerlicher. Richtig. Mir hat die Szene gefallen. Absolut. Finde ich gut gelöst. So, fangen wir natürlich erstmal mit Christopher Reeve an. So, der leider 2004 verstorben ist und wo die Filmfans von euch natürlich wissen, dass der gute Mann ja leider auch eine sehr schwerwiegende Krankheit hatte. Was war bei ihm? War das Parkinson? Nein. Er war vom Pferd gefallen und war querschnittsgelähmt. Querschnittsgelähmt war das, genau. Er saß im Rollstuhl und konnte nur noch künstlich behandelt werden. Genau, und hat dann ja auch für viele, viele Jahre für seine Organisation geworben und so weiter. So, zu dem Zeitpunkt, wo er Superman geworden ist, war der aber noch ein komplett unbeschriebenes Blatt. So, das war kein Big Player oder sonst irgendwas. Der hat eine TV-Serie mal gehabt oder so, wo der eine kleine Rolle hatte und mal ein, zwei Filmchen etc. Aber der war noch ganz, ganz, ganz weit weg davon, irgendwie ein Star zu sein. So, was im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schlaue Wahl war. Warum? Sie haben es generell bei dem Film gut gemacht. Sie haben andere Big Player in die Nebenrollen gepackt, wie zum Beispiel ein Marlon Brando oder ein Gene Hackman, die halt mehr als etabliert waren. Aber der Superman selber, du bist, für dich ist Christopher Reeve da Superman geworden, weil du kanntest ihn halt nur dadurch. Und er spielt diese Rolle. Also, wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe den Film vorher mindestens zehn Jahre nicht mehr gesehen. Das heißt, für mich war das heute Morgen nochmal richtig relativ frisch. Es gab nie einen besseren und es wird nie einen besseren Superman geben als ihn in Teil 1. Er ist perfekt. perfekt, wie er diese Eleganz, diesen Charme, dieses Selbstbewusstsein, aber dann auch als Clark Kent, diesen glaubwürdigen Gegenentwurf zu machen. Die Performance ist unfassbar gut. Ist unfassbar. Und hier kommen zwei Dinge zusammen. Er sieht aus wie Superman. Er war relativ groß. Sie mussten ihm noch ein paar Muskeln antrainieren. Weißt du, wer ihm die antrainiert hat? Ja, genau. Das war damals immer so ein Gerücht, wovon ich dann im Laufe der Jahre dachte, dass das Quatsch ist. Aber ich habe es jetzt nochmal nachgelesen. Das war David Prose, also Darth Vader, der zumindest die Physis von Darth Vader gespielt hat. James Earl Jones, ihr wisst ja. Und er war ein Schauspieler. Er hatte ein paar kleine Rollen, wie du schon sagst. Ich glaube, U-Boot in Not war so ein Ding. Den habe ich damals nur geguckt, weil ich einmal Christopher Reeve in einer anderen Rolle sehen wollte. Der ist, glaube ich, von 76 schon ein U-Boot-Film mit Charlton Heston, glaube ich. Will nichts Falsches sagen. Er hat ja an sich, das muss man ja rückblickend jetzt sagen, er hat ja jetzt nicht so die ultrakrasse Schauspielkarriere gehabt. Weil er war sehr, sehr, sehr wählerisch, was seine Rollen auch anging. Also klar, er hat die Superman-Dinger gemacht etc., wo er schon nach dem zweiten eigentlich nicht mehr so richtig Bock hatte. Weil er war beim dritten dann auch ein bisschen angepisst, dass der Film so mehr so ein Richard Pryor-Ding geworden ist, anstatt ein Superman-Film. Bei vier haben die Canon-Leute ihn halt überredet, von wegen, ja komm, kannst du dir so ein bisschen selber deine Story mitschreiben. Aber das hat er dann auch nur zugesagt, damit Canon ihm erlaubt, diesen Street-Smart-Film, den er mochte, dass die den für ihn produzieren. Aber so wirklich große Dinger hat er gar nicht gehabt. Es gab dieses Carpenter-Remake von Das Dorf der Verdammten, fällt mir ein. Dann hat er, als er im Rollstuhl saß, nochmal Fenster zum Hof das Remake gemacht, wo ich das Gefühl habe, kein Mensch braucht ein Remake vom Fenster zum Hof, weil der ist perfekt, als wenn man es ihm zuliebe gemacht hätte, weil das dann passte, wie Jimmy Stewart im Rollstuhl zu sitzen. Es ist ein bisschen traurig hinten raus. Es ist natürlich auch so gewesen, dass diese Performance als Superman wirklich so eindringlich war, dass er immer damit natürlich in Verbindung gebracht wurde. Und da kam er auch nicht mehr raus. Das war Segen und Fluch. Das war die Rolle seines Lebens. Und ansonsten, der Rest ist Schweigen. Aber er ist Superman. Er ist. Es ist ein Wahnsinn. Die hatten ja erst überlegt, die beiden Producer Sorkins, die beiden Ilja und, wie hieß der zweite nochmal, Ilja und... Waren das eigentlich Brüder, oder war das Onkel und Cousin? Weil die sehen immer so unterschiedlich alt aus. Der eine hat immer diese grauen Haare. Ja, die wollten ja eigentlich... Nee, die wollten nämlich keinen Star haben. Und die Producer wollten dann immer Star. Ja, da war ja sogar Arnold Schwarzenegger im Gespräch. Ja, von Newman wollten sie. Ja, genau. Und das wäre alles nichts geworden, weil die hätten alle wie verkleidete Leute ausgesehen. Richtig, richtig. Wobei Schwarzenegger natürlich da auch noch ein anderes, ein unbeschriebenes Blatt war. Aber schauspielerisch... Aber nie, 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 keine Chance. Denkt an Hercules. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und auch von der Physik, vom Körperbau, nein. Christopher Reeve hat den perfekten Buddy gehabt. Also du hast halt gesehen von wegen, okay, der hat Muckis, ist stark, aber hat trotzdem diese Eleganz in seinen Bewegungen, auch wenn er fliegt. Da will ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Christopher Reeve sieht halt gut aus, wenn er fliegt. Und das in den 70ern. Er sieht halt echt gut aus, wenn er fliegt, der Mann. Er sieht gut aus. Und da merkst du auch, eigentlich wie für die Stimmung eines Films. Damals waren die Spezialeffekte sensationell und der Zeit voraus und alles. Möchte ich nicht, ich weiß es auch noch, man sah immer, dass er vor einer Leinwand. Auch damals als Kind habe ich gesehen, er hängt vor einer Leinwand. Der in der Bravo stand, wie haben sie das geschafft, dass ein Mensch fliegt? Bei diesen Drahtszenen ist das wirklich der Wahnsinn. Da denkst du, um Gott, das kann nicht besser aussehen. Bei den Rückbrust denkst du, schon als Kind, der hängt vor einer Leinwand. Aber es ist egal. Man sieht daran, wie unwichtig eigentlich perfekte Spezialeffekte sind für das emotionale Gerüst eines gelungenen Films. Richtig, richtig, richtig. Weil das interessiert dich nicht. Du bist komplett drin und es ist natürlich alles ohne digitale Effekte gedreht und es verzaubert einen total. Ja, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf die Effekte zurück, weil sie eben, sie schwanken zwischen perfekt und okay, es ist halt 70er, ja, aber da muss man halt auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Jetzt haben wir natürlich mit Lois Lane, Margaret Kidder, die, ja, wo man wirklich dazu sagen muss, das ist mir gerade mal beim Schauen aufgefallen, ne, die war damals auch nicht die hübscheste Frau auf der Welt. Es ist eine realistische Reporterin. Richtig. Und das hat mir sehr gefallen. Die haben eine, die Frau von nebenan, so, ja, ist natürlich gut aussehende Frau von nebenan. Genau, aber nicht übertrieben. Und du spürst das Flirten zwischen den beiden, da war was da. Du konntest es spüren. Ja. So, und das hat mir total gefallen. Also, du weißt ja selber, es ist ja ganz, ganz oft so, gerade bei Filmen, wo, ja, wo irgendwie, was kein Liebesfilm ist, aber wo du in begrenzter Zeit irgendwie symbolisieren musst, okay, da ist ein, da ist sexuelles Knistern zwischen den beiden. So, und das klappt sehr, sehr oft nicht. Und da hast du halt die ganze Zeit gedacht vom Weg, okay, Leute, ihr habt auf jeden Fall einen Vibe. Und ich bin mir ziemlich sicher, hinter den Kulissen lief da einiges. Das könnte ich mir auch vorstellen. Sorry, Leute, ihr könnt immer erzählen, was ihr wollt. So, und da gab es auch echt viele nice Szenen zwischen den beiden. Zum Beispiel die Szene, wo ich echt lachen musste, war, da gab es ja auf dem Balkon, wo Superman sie ja besucht, von wegen, wegen Interview, etc. Und dann ist sie ja, man sieht ja, die ist ja voll nervös und voll verknallt in ihn und fragt dann von wegen, ja, kannst du die Farbe meiner Unterwäsche sehen? Und dann sagt Superman ja von wegen, ja, da ist aber gerade so. Ja, da ist Blei in dem Blumenkasten. Genau, ich kann nicht sehen. So, dann sagt sie, oh ja, okay, alles klar. Dann so 20, 30 Sekunden später geht sie halt einen Schritt weit weg von dem Blumenkasten und dann sagt er, ja, pink. So, 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 so. Aber das ist, das hat was. Ja, ja, da britzelt's. Ja. Und das ist auf eine Art und Weise, ist das so ein bisschen altmodisch, wie eine Love Story aus den 40ern oder 50ern. Ja, total, total, total. Und dann sehen wir aber halt diese Kostüme und dieses Ambiente und wir bewegen uns in einem Superheldenfilm zum ersten Mal. Interessant finde ich, dass Louis Lane in dem Zug ist, den er als Teenie überholt, neben Kirk, Kirk, Alien, spielt ja den, spielt ja den Vater und sie ist Louis Lane, wo sie ja aber deutlich jünger ist als er. Gut, er ist ein Alien. Ja. Aber Margot Kidder war, ich glaub, vier, fünf Jahre älter als Christopher Reeve. Also sie sind später, ist sie älter und er jünger und im Zug ist sie ein Kind und er ist ein Teenager. Ja, und das hab ich mir auch aufgeschrieben. Da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Vielleicht hab ich's von der Logik nicht verstanden. Oder wird er tausend Jahre alt? Ja, pass auf. Und da hab ich aber auch drüber nachgedacht. Also ich hab versucht, mir logisch zu erklären, aber jemand, der vielleicht den Film öfters gesehen hat, hat die Lösung, ich hatte es aber nicht. Oder der im Comic irgendwo wo die Backstory gelesen hat. So mein Gedanke war, okay, also die einzige logische Erklärung muss ja gewesen sein, dass als Clark Kent in der, in der, also wirklich noch jünger war und in Smallville war und so weiter und da schon Teenager war, dass das viele, viele, viele Jahre vorher war, bevor, bevor er quasi dann zu Superman geworden ist. Da könntest du recht haben, weil dieses Smallville sieht aus wie die 50er. Und das ist genau das Ding. Und er kommt in den 80ern an. Richtig. Und das war, was ich auch gedacht habe. Und das, das müsste es sein. Smallville übrigens wunderschön dargestellt. Ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben, so die Cinematography, also wie, wie das in der Kamera aussieht, vom Bild her und so weiter. Wunderschön. Die Farbkomponenten und so. Das ist so gut. Und da kann man noch nicht mal sagen, ja, ist super gut für die 70er. Nein, es ist auch heute, es sieht so gut aus einfach. Es ist Jeffrey Answurst, war damals der Kameramann, der hat 2001 gemacht. Ja. Muss man glaube ich nicht sagen. Braucht man nicht mehr, ja. Und Kamera Operator, da waren etliche Kameraleute und Anthwurst hat glaube ich auch den zweiten nicht finalisiert, weil sich alle zerstritten haben, wegen Donner kommen wir später zu. Ähm, weißt du, wer Operator war? Nee. Es ist jemand, von dem du hier den Film schon besprochen hast, als Regisseur, Peter McDonald hat später Rambo 3 gedreht. von Rambo 3, okay. Der kommt vom Kamerafach. Ja, Kameramann ist aber guter, also da kann man sagen, was man will. Der Answurst, aber du hast ja immer den, der sagt, ihr macht das und das und dann hast du die Operator, die praktisch schwenken. Der D.O.P., ne? Der D.O.P. Der D.O.P. ist der Chef, der oft auch nur am Monitor sitzt und sagt, was gemacht werden soll und dann hast du die, die wirklich an den Kameras stehen, das sind die Operator, nur zur Erklärung und die Operator waren wirklich viele bei Superman. Einer von denen hat, glaube ich, später auch Cliffhanger gemacht. Na, egal. Richtig. Also, da hast du Bilder, die, ich meine, und die haben zum Teil gar nicht viel Licht aufgebaut. Du siehst Glenn Ford, der spielt ja den Vater von Superman, also den Farmer und der hält mit dem Auto an und dann kommt der Teenager dazu und dann gehen Glenn Ford und der, wie heißt der Darsteller von Superman als Teenager, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, aber der ist übrigens sehr, sehr gut. Die beiden gehen auf die Kamera auf und die haben nur von vorne so einen Reflektor gehalten. Da ist kein Licht gebaut und das sieht sensationell aus. Und später, bei diesen Kranfahrten, du hast ja diese Beerdigung, du hast dieses Feld, da hat der gar kein Licht gebaut. Der ist einfach nur mit seiner fetten, haben die den auf 70 gedreht? Ich glaube teilweise. Dann fährt der hoch und runter und du denkst so, was ist das denn? Aber du siehst nur ein klug gewähltes Bild, eine perfekte Kadrage und den Blick musst du als Kameramann haben. Und das ist schön, dass wir über 40 Jahre später das so genießen können und dass wir immer noch diese Wertschätzung, oder beziehungsweise bei mir ist die Wertschätzung jetzt aus einem anderen Blickwinkel, so 10 Jahre oder 15 Jahre später, nochmal auf einem ganz anderen Level. Du hast jetzt gerade den menschlichen Vater von Superman angesprochen. Die Szene, wie er stirbt. Ohne Scheiß. Also wir haben kurz, bevor wir losgelegt haben, habe ich dir ja gesagt, von wegen der erste Stunde hier in dem Film ist mit das Beste, was ich je in einem Superheldenfilm gesehen habe. Und da ist noch nicht mal Superman da. Das ist einfach unfassbar. Und die Szene, wie sein Vater stirbt, hat mich heute Morgen so mitgenommen, weil das so gut eingesetzt war. Also es war auch gar nicht überdramatisch gemacht oder sonst irgendwas, aber es war so klug und so emotional und glaubwürdig und dadurch, dass es durch die Cinematography so schön aussieht, diese ganze Szene. Und er so auch noch so, oh nein. Also was für eine Szene, er. Tja, das ist, wo der Film von profitiert, wenn einmal wirklich erstmal eine Menge Budget da ist, dass du dir solche Leute holen kannst und danach hast du Glenn Ford, der eigentlich nur zwei Szenen hat. Einmal, wo er Superman findet und dann da schon mit ein bisschen mit dem Vorlauf, den ich eben gesagt habe, wenn sie den Feldweg lang gehen und dann stirbt er. Und dass der so im Kopf bleibt und nur zwei Szenen hat. Ich kannte den als Kind für mich. Das war immer so, als Kind guckst du ja alle Filme, die im Fernsehen sind. Und Glenn Ford war einfach ein großer Star in den 50er, 60ern als Western. Nee, genau, genau, genau. Und das war für mich natürlich damals, diese Oldschool-Leute aus den 50er, 60ern waren für mich absolute Megastars. Und Christopher Reeve war natürlich logischerweise der Unbekannte. Ich dachte, Glenn Ford, wer spielt da alles mit? Marlon Brando, Trevor Howard, der Wahnsinn. So schlau gemacht. Und jetzt heute noch profitieren wir von dieser großen Klasse der vergangenen Jahrzehnte, wenn wir dann so einen Glenn Ford sehen und der uns dann so rührt, wie er dann da so seine Hand und dann weißt du schon, oh nein. Ja, aber das war genau das Feeling von wegen, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Und das mit so wenig Screentime. Stell so wenig im Bild, aber trotzdem geht dir das voll nah. Ja, das ist Präsenz. Wirklich, wirklich, wirklich. Deswegen sage ich immer wieder, die Besetzung, das war so smart gemacht. Gene Hackman, ja, was soll man über ihn sagen? Ich liebe ihn in French Connection. Der ist halt, also wenn wir über wirklich so Hollywood-Royalties, weißt du, so die Königsgarde, Ja, der ist die Liga. Ja, so. Kennt ihr alle den guten Mann? Marlon Brando, ähnliche Geschichte, lustige Anekdote. Du hast ja vorhin schon gesagt, da hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, von wegen, dass er ja die Rekordsumme für einen Nicht-Hauptdarsteller bekommen hat. Und was ich so total lustig fand, war, dass Marlon Brando, der war ja in Hollywood ja auch schon berüchtigt, der war ja nicht der einfachste. So wie Klaus Kinski hier, genialer Schauspieler, aber eine Katastrophe, mit ihm zu arbeiten. Und Brando war halt dafür bekannt, dass er echt die faulste Sau war. Und was hat er gemacht? Hat zum Regisseur gesagt von wegen, ja pass auf, wenn wir jetzt hier die Proben machen, film mal schon mal, vielleicht kannst du irgendwas benutzen. Aber nicht von wegen, so ja, vielleicht machen wir Gold hier, sondern eher so von wegen, ja, vielleicht brauch ich es dann nicht nochmal machen. Und so weiter. Und Christopher Reeve hat sich Jahre später in Interviews so aufgeregt und hat gesagt, ey, der Typ war so eine faule Sau, das war unfassbar. Du siehst einmal, wie er auf dem Boden den Text abliest. Echt? Ja. Das siehst du nicht, das wäre mir nie aufgefallen. Ich habe es im Audiokommentar gesehen, da wird das so angedeutet. Da liest er jetzt den Text ab. Das fällt dir aber nur auf, wenn du es weißt. Also so, dafür war Marlon Brando gut genug, dass man das nicht merkt als Zuschauer. Ja. Und ich meine, ich weiß selber jetzt, wie das ist, mit nicht einfachen Leuten zu arbeiten und das ist dann wirklich so ein Abwägen von wegen, okay, lohnt sich der Aufwand? Ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass sie diesen Aufwand betrieben haben, weil Marlon Brando ist halt Marlon Brando. Der ist der perfekte Vater. Der hat einfach so eine Präsenz. Das ist einfach, das kannst du nicht kopieren. Es hat nur später mehreren das Genick gebrochen, dass er so gut verhandelt hat, weil er hatte halt diese Prozente ausgehandelt am Einspielergebnis und die galten auch für Teil 2, weil sie hatten ja Szenen gedreht schon für Teil 2. Sie haben grundsätzlich, muss man das sagen, 1 und 2 gleichzeitig gedreht. Richtig. Back to back. Bis es dann dazu kam, dass Richard Donner und bei Warner und die Salkins alle, Salkind oder Salkind? Ich weiß es nicht. Wir wissen das nicht. Schreibt es in die Texte, wir können ja auch nicht alles wissen. Die waren alle kurz vor dem Herzinfarkt, weil so viel Arbeit war und sie wollten den Film starten. Dann haben sie sich irgendwann darauf konzentriert, die Teile vom 2. zurückzustellen und den 1. fertig zu machen. Haben, glaube ich, auch das Ende getauscht. Dieses mit dem Weltdrehen sollte eigentlich im 2. Das haben sie dann in den 1. schoben, damit es ein gutes Ende gibt. Und Marlon Brando hatte halt gut verhandelt, auch natürlich für Teil 2 und hätte auch da Prozente bekommen. Und da haben die Salkinds gesagt, die beiden Producer in Europa, die Warner Brothers saßen ja gemütlich zu Hause in L.A. Und die haben das in England schön gedreht, in den 007 Studios Pinewood. Dann habe ich gesagt, nee, dann lassen wir doch Marlon Brando weg aus Teil 2. Dann kriegen wir auch mehr Geld, weil sie selber hatten eh das Budget überzogen ohne Ende und mussten dann an Warner Brothers immer mehr Zugeständnisse machen und haben eigentlich ihr großes Geld, was sie von Anfang an witterten, weswegen sie ja den Film starteten, schon wegfließen sehen. Und dann haben sie halt rumgestreten. Sie haben Donner eh Stress gemacht. Er soll unbedingt schneller machen. Es dauert alles zu lange. Und Donner wollte natürlich diese Szenen mit Marlon Brando für Teil 2 behalten. Und die Salkinds haben gesagt, die schmeißen wir raus, sonst kriegt er wieder jede Menge Prozente. Und dann, wenige Tage nach der Premiere von Teil 1, und die war grandios, also es lief sensationell auf der ganzen Welt, haben sie ihn gefeuert. Ja, unfassbar, ne? Und er wollte ja noch die letzten 30% fertig machen von Teil 2, aber... Und das ist halt das Ding so kurz vor Schluss. Das mit dem Überbudget gehen, das verstehe ich, weil der Film ja, weil der ja nicht nur ein bisschen Überbudget gegangen ist, sondern halte ich fest, der Film hat 50 Millionen gekostet. Ja, und vor allem bei IMDb, das weiß ja jetzt gar keiner mehr. Also es war ja, glaube ich, damals, oder es ist vielleicht immer noch der teuerste Film aller Zeiten, weil die haben ja zwei auf einmal gedreht. Und bei beiden Filmen steht bei IMDb, könnt ihr nachlesen, ungefähr 55, 54 Millionen. Was heißt das jetzt? Was heißt das? Dann noch mit der Inflation zu heute. Also ich glaube nicht, dass es der teuerste Film aller Zeiten ist heute. Aber mit der Inflation. Haben jetzt beide Filme 55 zusammen gekostet? Oder kann man das sagen, dass dann 1 und 2 zusammen 110, wenn du 1977 einen Film für 110 Millionen gedreht hast. Dann bist du heute bei, keine Ahnung wo. Der erste Film, der 100 Millionen gekostet hat, offiziell, war Terminator 2. Und das war 15 Jahre später. Und das war der teuerste Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt. Und da dachten alle, 100 Millionen? Wenn jetzt also Superman 78, 110 gekostet hat. Okay, beide zusammen. Aber damit haben wir doch die Erklärung dann. Also muss es getrennt sein. Das ist ja absurd viel. Damit haben wir ja die Erklärung. Wenn Terminator, war Terminator nicht 200 Millionen? Nee, der war 100. Das war der Erste, der 100 gekostet hat. alles klar. Ja, aber dann hätten wir ja die Lösung. Dann muss jeder einzeln so um die 55 Millionen gedreht. Was aber trotzdem, dann sind wir hier in Marvel-Preiskategorien von heute. So unfassbar. Ohne Inflation zu berechnen, bist du bei einem Budget von heutzutage. Ja, ist unfassbar. Und das ist einfach 40 Jahre her. Also der Film war grotesk teuer und deswegen mussten die immer mehr Zugeständnisse an Warner machen. Und deswegen sollte Donner weg. Und ja. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir weil du den ja auch jetzt vor kurzem gesehen hast als das Intro angefangen hat. Mir ist richtig einer abgegangen. Ich fand das Intro unfassbar. Und wir reden ja nach wie vor von diesem ewig langen Text einfließen etc. Und so weiter. Aber mit dieser unfassbar guten Musik von John Williams etc. In der Zeit, wo wir heute sind, wo man immer ungeduldiger wird und der Film schneller zur Sache kommen muss und so weiter. Ich hab mir das mit Genuss von Anfang bis Ende reingezogen und mir ist da nochmal bewusst geworden, weil natürlich jeder das Superman das Titel-Lied kennt. Je weiter der Film ging, desto höher war meine Wertschätzung für den gesamten Score. Die gesamte Musik vom Film. Ich würde es sogar sagen, da werden mich wahrscheinlich einige Leute steinigen für. Das Titel-Lied, das Theme ist gar nicht so das Beste vom Film, was die Musik angeht. Das ist so gut. Einfach richtig, richtig, richtig gut. Gänsehaut. Total. Total. So und da hat John Williams finde ich auch wieder mal so richtig die Messlatte richtig, richtig hoch gesetzt. Weswegen wir. Und da bin ich so froh, dass wir wirklich den Film nochmal unabhängig voneinander geguckt haben. Ich glaube, der Film kriegt gar nicht so die Wertschätzung, die er verdient hat. Weil ich glaube, viele, viele Filmfans haben den wahrscheinlich auch so wie ich oder wie du den halt so als selbstverständlich gesehen und jetzt mit ein bisschen Abstand und mit einem externen Blick, mit einem Filmwissen-Blick, so siehst du erstmal, was die da geleistet haben. Ja. Ja. Ja, absolut. Also für mich war es eh ein schlimmes Kindheitserlebnis. Mein Bruder ist zu einem Kindergeburtstag gegangen und mein Bruder war noch im Kindergarten. Also es muss irgendwann Anfang der 80er gewesen sein. Und er wusste vorher schon die große Attraktion auf dem Kindergeburtstag ist, sie gucken Superman auf VHS. Und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Schlimm sowas. Der ganze Nachmittag war die Hölle. Ich wusste, mein Bruder sitzt da jetzt und guckt Superman. Und dann kam der auch wieder, ja, der war ganz gut und so. Und dann hat er damit auch noch angegeben. Das war eine Katastrophe. War das Simon? Ja, es war Simon. Schrecklicher Tag für mich. Schrecklicher Tag in meiner Kindheit. Also es gibt nichts schöneres als wenn der kleine Bruder dich hänselt. Ja, ja. Wusstest du übrigens, wer den Film eigentlich machen sollte? Ja, Spielberg. Ne, war das? Doch, nee. Nee, Regie. Regie. Bei der Regie. Spielberg bestimmt auch. Da gab es wahrscheinlich viele. Ja, Spielberg sollte den machen. Ich erinnere mich. Das ist interessant. Ich fände noch einen anderen Namen. Ja, Spielberg sollte den machen, hat aber zu viel Kohle aufgerufen. Ah. Spielberg hätte total Sinn gemacht. Ja. Und soll ich dir, pass auf, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich liebe den Film. Spielberg hätte ich denen zugetraut. Spielberg, ja. Einer der wenigen, der dasselbe, perfekte Popcornkino geschafft hätte. Ja, ja. Aber wer schon ein Jahr dran gearbeitet hatte oder mehrere Monate, war Guy Hamilton, der Regisseur von Goals. Ja, und es gibt auch, der hat Screentests gemacht und so. Die Salkins hatten vor, den Film in Italien zu drehen und dann ist in Italien irgendwie die Währung irgendwie in den Dutten gegangen und dann mussten die umdisponieren, mussten von Italien nach England gehen. Und Guy Hamilton, was ich auch nicht wusste, ist ja Engländer, aber er war wohl im Ausland gemeldet, hat da Steuern bezahlt und hätte nur 30 Tage in England arbeiten dürfen und deswegen war er dann raus. Und dann haben die überlegt, wer ist gut, und Richard Donner hatte gerade das Omen am Start und war einer der erfolgreichsten Filme überhaupt in der Zeit. Und dann haben sie gesagt, komm, wir nehmen den vom Omen. Ach krass, übrigens auch eine absolute Horrorfilm-Empfehlung, so wer Filme wie Der Exorcist und so mag, so mit Damien war das doch, ne? Ja. Interessant, Donner hat bei dem Drehbuch von Das Omen auch den ganzen übersinnlichen Quatsch rausgeschmissen. Also alles, was Fantasy war, hat er rausgeballert und hat nüchtern einen Horrorfilm erzählt, den du von zwei Seiten sehen kannst. Drehet Gregory Peck durch oder ist es wirklich der Teufel? Das kann theoretisch beides sein. Und bei Superman hat er ja auch Mario Puzos Drehbuch, Mario Puzo hat ja das erste Skript geschrieben, auch irgendwie so ein Wälzer, also direkt auch für die zwei Filme, und hat da auch Gags reingeschrieben und Slapsick. Alles raus, alles raus. Und da hat Donner gesagt, die ganze Scheiße raus, wir erzählen einen ernsthaften, epischen Liebesfilm. Genau, und Gott sei Dank hat er das genau so gemacht. Gott sei Dank. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz über die Effekte gesprochen, und zwar was mir aufgefallen ist, gerade wenn wir in den 70ern sind, wo es halt einfach nur praktische Effekte gab, so ich finde, die haben das unglaublich gut umgesetzt. Also es gibt ja zum Beispiel die Szenen, wo Superman quasi Lois Lane vom Hochhaus am Retten ist und dann auch mit dem Helikopter, den er dann quasi fängt und so weiter. Monatelang immer wieder dran gedreht. Ja, und ich gucke mir das an und sage, ey Leute, das sieht heute immer noch richtig gut aus. So richtig, richtig gut. Und gerade diese Drahtszenen, jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, klar gab es diese Blue-Screen-Szenen, wenn er durch die Gegend fliegt, da sieht man schon, okay, nicht perfekt, brauchen wir nicht drüber reden, aber die Szenen on set, wie zum Beispiel vor dem Hochhaus und so weiter, wo er am Fliegen ist und so weiter. Es ist immer das Beste, ne? Es sieht so gut aus. Im Prinzip, wenn man sagt, es ist wirklich echt. Es ist echt. Wenn sie mit einem Kran, mit diesem, ich finde es eh Wahnsinn, wie die irgendwie eine Marionette hoch und reinziehen und das so flüssig aussieht. Ja, es sieht unglaublich gut aus. Also ich saß da wirklich und gucke und gucke, wo sind die Drähte, wo sind die Drähte, weil als Filmfan ja manchmal willst du halt wissen, von wegen so. Und ich gucke und sage, ey, 1A, Leute, 1A, bravo, einfach bravo. Ja, der Kameramann, der Answürth, der hat auch so ein bisschen so ein Haze über den ganzen, du hast so ein Haze, das macht so ein bisschen Märchenatmosphäre. Haze, Nebel? Ja, Haze ist eigentlich, ja, ist Nebel, aber ich glaube, dass er einen Filter benutzt hat. Ich glaube nicht, dass er Nebel reingeblasen hat, das wäre, glaube ich, zu viel Stress geworden. Wahrscheinlich hat er so einen leichten Filter, Streufilter davor gemacht, dass es so ein bisschen weicher ist. Ja, das ist ja auch nochmal, und sorry, Leute, dass wir hier so ein bisschen sehr nerdig unterwegs sind, aber Thilo ist halt auch, halt auch ein Bildfan, einfach so die, so die Schönheit des Bildes, die man manchmal nicht wertschätzt oder übersieht, weil einfach so viel passiert, aber ich finde, gerade bei Superman siehst du halt wirklich so von wegen, okay, hier musst du mal Aufmerksamkeit senden. Und ich glaube, dass ich, entschuldige, dass ich unterbreche, ich glaube, dass sich dadurch ein paar Mal die Effekte und die Drähte dann auch so verpuscheln. Dadurch, dass du so ein bisschen diese, weißt du, dieses Haze hast, dadurch gehen ja dann vielleicht. Ja, natürlich, 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 das war ja ultraschlau, aber worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, der Kontrast zum Anfang des Filmes, also wir sind ja erstmal, sind wir ja auf, sind wir ja auf, Krypton will ich die ganze Zeit sagen, auf, auf, Am Anfang sind wir auf Krypton, das stimmt. Krypton, ja, ja. Und da hast du ja generell einen sehr, sehr, sehr dunkleren Ton, ja, dann du, aber natürlich mit den weißen Anzügen, die halt, ähm, ein krasses Licht reflektieren, ein krasses Licht reinbringen, was aber gut gemacht ist, weil du kaufst dem Szenario ab, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist nicht die Erde, das ist irgendwas ganz, ganz anderes, so, ja. So, dann kommen wir nach Smallville und es ist von den Farbkomponenten was komplett anderes, wunderschönes Blau, dieser wunderschöne Himmel die ganze Zeit, das, das, äh, kräftig blasse, macht keinen Sinn, aber das kräftig blasse Korn fällt, was du da die ganze Zeit siehst, sowas farbtechnisch, eine komplett andere Komponente ist, als was du den ganzen Anfang gesehen hast und dann, dann kommen wir in die City und es ist nochmal ein komplett anderer Farbton, also es ist wirklich so in Abschnitten unterteilt, so, aber es passt trotzdem alles zusammen und es sieht einfach fürs Auge einfach unglaublich gut aus, so, und die ganzen Effekte, die dann, die da drin sind, abgesehen von den Blue Screen Effekten, aber die ganzen so, die nehmen dich nicht aus dieser Schönheit und aus der Story raus, sondern sie fügen sich nahtlos einfach ein. Genau, einmal das, die Optik und einmal die Inszenierung, dass du nicht nur ein Schnittgewitter von Nahaufnahmen auf dich einprasseln hast, sondern Louis und Clark sind in der Redaktion, sie nehmen ihre Jacken, sie gehen raus durch die Glastür über diesen Gang, im Hintergrund siehst du die ganze Redaktion, dann kommt sie, dann kommt sie, er geht raus, sie kommt dazu, beide gehen raus, sie geht auf Toilette, verschwindet, er geht rüber zum Flur, wartet auf den Aufzug. Du hast da eine Plansequenz und du merkst gar nicht, dass da gar kein Schnitt ist. Genauso wie, die beiden sind auf dem, auf der Terrasse, bei ihr oben, auf dem Haus, er geht weg, fliegt davon, sie geht ohne Schnitt rein, weil an der Tür aus der Klingel und Clark steht in der Tür. Weißt du, wie sie es gemacht haben? Nee. In dem Moment, die Schärfe ist auf ihm, die Schärfe geht auf sie, sie geht in die Wohnung, wenn die Schärfe auf ihm ist und er wegfliegt, ist er einfach eine Leinwand, eine Projektion. Sie steht vor einer Leinwand, also sie ist draußen, auf ihrem Hochhausterresschen und wenn er wegfliegt, ist das eine Projektion. Sie geht dann rein und der echte Christopher steht schon vor der Tür. Unfassbar. Ich kann nicht drauf kommen. Ich auch nicht. Ich meine, wenn du es weißt, dann denkst du, ah okay, vielleicht sind die Kontraste irgendwie, aber ... Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Was mir noch eingefallen ist, beziehungsweise was ich halt auch sehr, sehr, sehr toll an dem Film finde, das geht ein bisschen Hand in Hand, was du gerade gesagt hast von wegen Schnittgewitter. Der Film lässt sich Zeit beim Erzählen und wir wissen ja gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir gefühlt schon acht Millionen Origin-Stories gesehen haben. Ich finde, dieser Film hat die perfekte Origin-Story erzählt, weil er lässt sich Zeit, ja, er bringt alles schön erklärt, ohne langweilig zu sein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die erste Stunde ist noch komplett ohne Superman und es ist die beste Stunde vom ganzen Film. so, so und eben das der Film so mit Liebe und gemütlich das erzählt, ich glaube, das ist nochmal eine Qualität, die heute ein bisschen verloren geht, weil heute muss ja trotz zweieinhalb Stunden Filme zack, 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 cut, 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 keine Zeit mehr um, ja, um auch wirklich, was du gesagt hast, diese Szenen, die halt ein bisschen länger gehen, ohne Cut etc., ey, das hat ja auch was. Ich glaube sogar, dass es das ist, was moderne Filme zum Teil dann langweilig manchmal machen lässt, weil die ganze Zeit dieses Geballer und bei Superman bist du richtig drin, so in dem Film drin, du denkst gar nicht drüber nach, jetzt irgendwie, wann das nächste Spektakel kommt oder so, actionmäßig ist da eh recht wenig, der Hubschrauber, dann diese Erdgeschichte mit dem Dings, das fand ich immer so ein bisschen, ich weiß, in den Comics ist das auch drin, dass der mal die Erde verschiebt und so, das fand ich damals für den Film schon recht mutig, dass man so ein hartes Comic-Element da reinbaut und das bringt natürlich mega viele Fehler, weiß ich auch, komm, naja, ja, Helikopter, dann haben wir einmal diese, nee, das ist alles keine Action, diese Soldaten, Larry Hackman spielt diesen einen Soldaten, das ist wo diese Miss Testmacher da auf der Straße liegt und diesen Unfall vortäuscht mit, nein, und der Home General ist Larry Hackman, die haben also irgendwie so, ähm, selbst die kleinsten Rollen, weißt du, genau, er musste irgendwie eine Woche für die Szene musste er glaube ich da sein und ja, so gibt es überall diese kleinen Rollen noch, alles toll, Jackie Cooper, Jimmy Olsen, ja, weißt du, was mich ein bisschen schockiert hat, heute Morgen, aber was heißt schockiert, es hat, es geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, mit der Erfahrung und dem Wissen, was ich jetzt habe, ich habe auf Iron Deby geschaut, wie viel der Film hat, er hat eine 7,4, hättest du mich, hättest du mich vor einer Woche gefragt, wie hast du Superman in Erinnerung, er wäre bei mir auch so bei so 7,3, 7,4 gelandet, ich sehe es jetzt komplett anders, ich sehe es jetzt komplett anders, geht es mir genauso, das ist eine 9 bis 10 im historischen Kontext gesehen, ist das eigentlich eine volle Punktzahl, bei Letterboxd, das ist für mich eine 5 mit Herzchen und diese einzelnen Schritte bei EMDB, das sind ja nur Durchschnittswerte, eigentlich macht man ja nur 1 bis 10, das ist für mich, eigentlich ist das eine 10, okay, also jetzt so, EMDB, wenn du jetzt mit Komma-Stellen kommst, wir müssen immer noch, ich sage immer so, es muss noch Luft zu spielen, wenn das Lied vom Tod da ist. Ja, 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 pass auf, und das ist so, wie ich immer bewerte, ich habe zum Beispiel, meine Benchmark ist immer so, von wegen, ja, die Verurteilten oder so, da muss noch ein bisschen Platz dazwischen sein. Ja, das ist für mich eine 9. Okay, bei mir ist es eine 8,4. Ja, das passt aber auch so. Also, sehr, 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 sehr weit oben. Irgendwas zwischen 8, 9, das ist ja auch ein Gefühl, was man für so einen Film hat, ist immer schwer, das dann so in Zahlen zu messen, trotzdem ist IMDb interessant, weil die ganze Welt votet und es ist natürlich auch so, das musst du mal bei IMDb drauf achten, du siehst ja da drunter immer, wie viel abgestimmt haben und es ist natürlich so, bei älteren Filmen, gut, der ist bekannter, da wird schon einiges sein, aber bei älteren Filmen sind es oft weniger einfach, weil die weniger gesehen haben und die neuen haben ganz viele gesehen, das ist klar, das Internet gibt es noch nicht so lange. Insofern ist es immer so ein bisschen unter Vorbehalt zu sehen und muss man so ein bisschen gewichten. Liebe Leute, ihr habt hoffentlich in dieser Folge gesehen, dass wir beide diesen Rewatch echt genossen haben und dass das für uns beide nochmal eine Bereicherung war, diesen Film nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Deswegen, von uns der Tipp, wenn ihr den Film ewig lang nicht mehr gesehen habt, gönnt ihn euch, entspannt dabei und genießt einfach Superhelden, ja, einen Superheldenfilm in seiner reinsten Form aus den 70er Jahren mit einem legendären Schauspieler und ja, Thilo, vielen, vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Schön, dass wir gemeinsam da nochmal ein bisschen hier einen Film ins Licht bringen konnten und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben. Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? Wie findet ihr ihn heute? Und ist es vielleicht der beste Superman-Film? Postet es mal in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Tschüss! Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!